Guten Morgen, ich bin arbeitssuchend, daher vorab ein Lied. Finde ein P.A.A.T. found found a peanut found a peanut found a peanut last night last night i found a peanut found a peanut last night where'd you find it where'd you find it where'd you find it last night Last night, where'd you find it, where'd you find it, last night, in the dustbin, in the dustbin, in the dustbin, last night. Last night, in the dustbin, in the dustbin, last night, cracked it open, cracked it open, cracked it open last night. Last night, I cracked it open, cracked it open last night. Found it rotten, found it rotten, found it rotten last night. Last night, I found it rotten, found it rotten last night. Ate it anyway, ate it anyway, ate it anyway last night. Last night, I felt sick, I felt sick, I felt sick last night. Last night, I felt sick, I felt sick last night. Kalt's a dokter, kalt's a dokter, kalt's a dokter last night. Last night I called's a dokter, kalt's a dokter last night. Went to heaven, went to heaven, went to heaven last night. Last night I went to heaven, went to heaven last night Didn't want me, didn't want me, didn't want me last night Last night they didn't want me, didn't want me last night So, das Buch, das ich lesen will, heißt Frei beruflich, fit fürs Finanzamt, Buchführung, Rechnung, Steuern und Co. Ich lese das nicht freiwillig, ich bin arbeitssuchend und suche ein Anstellungsverhältnis So Das Kapitel heißt, am Anfang steht das Geld Was Sie über Rechnungen wissen sollen Und ich bin angekommen im Abschnitt Rechnung aber so richtig auf Seite 21 Und jetzt stelle ich erst mal die Eieruhr Bevor ich noch einen Schluck Kaffee nehme Zahlungsziel Und da ist so ein Zeichen aus der Legende Und das Zeichen bedeutet Hinter den Paragrafen Also hinter den Paragrafen Zahlungsziel In jedem Vertrag sollte ein Passus enthalten sein, der die Fälligkeit der Rechnung regelt Ein solches Zahlungsziel entscheidet später über den Möglichen Verzug eines nicht zahlenden Kunden Und damit auch über Zinsen Nach dem Gesetz ist ein Schuldner zwar Sofern er ein Unternehmen ist Nach Ablauf von 30 Tagen Fälligkeit Der Forderung und Erhalt der Rechnung automatisch im Verzug Aber bei Verbrauchern gilt diese Regel nur Wenn bei Vertragsabschluss ausdrücklich darauf hingewiesen wurde Hier hilft ein Passus in der Rechnung Etwa sie geraten spätestens 30 Tage nach Erhalt dieser Rechnung in Verzug Beschluss 286 Absatz 3 des bürgerlichen Gesetzbuches Ich verzichte jetzt darauf, um danach zu gucken Dazu kommt, dass kürzere Zahlungsziele als das gesetzliche in jedem Fall bereits bei Vertragsabschluss festgehalten werden müssen Ich würde die Formulierung anders wählen Ich finde diese spätestens da an der Stelle vollkommen deplatziert Ich würde als Richter auch anfangen, auf denjenigen, der da klagt, einzuprügeln Weil das so eine Art Wildkür des Leistungserbringers ermöglicht Nach spätestens 30 Tagen bist du in Verzug, aber wenn ich das will, auch früher So, das gehört da nicht hin So, das sind so juristische Ratschläge Die von Inkasso Mani aus Hagen kommen könnten Nehmen Sie also in Ihrer Auftragsbestätigung einen Passus auf In dem steht, wann das Hanover fällig ist Zum Beispiel 14 Tage nach Erhalt der Rechnung Der Kunde muss dieses frühere Zahlungsziel bereits mit Vertragsabschluss kennen Auf der Rechnung können und müssen Sie dann später genau diese Zahlungsfrist angeben Rechnung, aber richtig Entschuldigung Jetzt Ist der Auftrag erledigt, können Sie nun die Rechnung schreiben. Dafür gibt es keine einheitliche Vorlage. Bei Geschäften zwischen Unternehmen sind Sie allerdings verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach der Leistung eine Rechnung auszustellen. Ausnahmen davon gibt es nur dann, wenn die erbrachte Leistung von der Umsatzsteuer befreit ist. Umsatzsteuergesetz, Beschluss 4, Nr. 8-28, aber Achtung, trotzdem können Sie verpflichtet sein, aus zivilrechtlichen Gründen eine Abrechnung zu erstellen. Aufbewahrungsfristen für Privatleute. Schreiben Sie Privatleuten eine Rechnung über Leistungen im Zusammenhang mit Grundstücken, etwa über planerische Leistungen oder Bauüberwachung, müssen Sie diese darauf hinweisen, dass Verbraucher solche Rechnungen zwei Jahre lang aufbewahren müssen. Dazu eignet sich beispielsweise folgende Formulierung. Als Privatleute sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre lang aufzubewahren. Die Frist beginnt am 31. Dezember des Jahres, in dem diese Rechnung ausgestellt wurde. Darüber hinaus müssen bei Rechnungen einige Formvorschriften beachtet werden. Dabei wird unterschieden zwischen erstens Pflichtangaben für Kleinbetragsrechnungen bis 150 Euro und zweitens Pflichtangaben für alle Rechnungen mit einem höheren Betrag. Hinter den Paragraphen heißt der nächste Kasten. Warum eine korrekte Rechnung wichtig ist Die Vorschriften für Rechnungen sind vor allem für den Vorsteuerabzug entscheidend. Das bedeutet, nur mit einer korrekten Rechnung kann derjenige, der die Rechnung bezahlt, die darin enthaltene Umsatzsteuer beim Finanzamt geltend machen. Enthält eine Rechnung nicht die vorgeschriebenen Elemente, kann der Rechnungsempfänger keinen Vorsteuerabzug geltend machen. Tut er es trotzdem und kommt später eine Umsatzsteuersonderprüfung ins Haus, wird der Vorsteuerabzug rückwirkend aberkannt. So, damit ist der Kasten zu Ende und es geht weiter im Text. Bei Rechnungen über 150 Euro sind die Formalien umfangreich. Folgende Punkte müssen enthalten sein. Adresse des leistenden Unternehmens. Namen und Anschriften müssen vollständig aufgeführt werden. Adresse des Kunden. Hier gilt das gleiche wie bei Ihrer Adresse. Eine Großkundenadresse mit eigener Postleitzahl oder einem Postfach können jedoch die Anschrift ersetzen. Steuernummer des leistenden Unternehmens. Hier gehört die Steuernummer oder die Umsatzsteueridentifikationsnummer hin. Freiberufler, die für ihr Unternehmen eine Steuernummer erhalten haben, die von der Privatperson abweicht, müssen diese auf ihre Rechnungen aufführen. Wer keine separate Steuernummer für das Unternehmen hat und sich scheut, seine private Steuernummer auf der Geschäftskorrespondenz zu veröffentlichen, kann eine Umsatzsteuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern beantragen. Sie kostet nichts und kann online beantragt werden. Ausstellungsdatum ist auch ein Punkt. Fortlaufende Rechnungsnummer Dieser Punkt hat in den vergangenen Jahren unter Freiberuflern und anderen Selbstständigen für viel Verwirrung gesorgt. Wichtig ist, dass durch die Nummer klar ist, dass die Rechnung einmalig ist. Die Rechnungsnummer darf also nicht zweimal verwendet werden. Alles andere bleibt dem Unternehmen überlassen. Fortlaufend bedeutet also weder lückenlos noch der Reihe nach. Möglich ist zum Beispiel eine Kombination aus Jahreszahl und Rechnungsnummer. Also Beispiel 07013 für die siebte Rechnung im Jahr 2013. Denkbar ist auch eine Kombination mit Kundennummern oder Kundenabkürzungen. Beschreibung der Lieferung oder Leistung Hier ist eine eindeutige Bezeichnung erforderlich. Im Klartext heißt das, die Leistung muss auf diese Art leicht nachprüfbar sein. Bezeichnungen allgemeiner Art, etwa Beratungsleistungen, reichen hier nicht aus. Sind Abkürzungen oder Verweise auf Gebühren oder Honorarordnung dem Auftraggeber bekannt, dürfen diese aber in der Rechnung verwendet werden. Zeitpunkt, Zeitraum der Leistung Die Angabe des Kalendermonats reicht in aller Regel völlig aus. Entscheidend ist hier, wann eine Leistung als ausgeführt gilt. Bei sonstigen Leistungen, wie sie Freiberufler häufig erbringen, ist der Zeitpunkt grundsätzlich durch die Abnahme des Kunden definiert. Bei Abschlagszahlungen muss der Leistungszeitpunkt nicht angegeben werden, da er ja noch nicht feststeht. Allerdings muss aus der Rechnung klar hervorgehen, dass hier eine noch nicht erbrachte Leistung abgerechnet wird. Außerdem muss es später eine zusammenfassende Schlussrechnung geben, welche die Gesamtrechnungangaben über sämtliche Abschläge sowie die verbliebene Rechtsforderung enthält. Auch die gesamte zu zahlende Umsatzsteuer sowie der bereits gezahlte Steueranteil und der noch offene Steuerbetrag müssen hier zu finden sein. Nettoentgelt Wenn die Leistungen in unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen unterliegen oder zum Teil von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen die einzelnen Positionen aufgeschlossen werden. Ansonsten genügt ein Nettobetrag. Und wie man Entgeltsminderungen Okay. Wenn das stimmt, habe ich wieder was gelernt. Vereinbarte Entgeltsminderungen Darunter sind Skonto, Rabatt oder Bonusvereinbarungen zu verstehen, die vorab getroffen wurden. Hier reicht ein Hinweis, wie es besteht, Rabatt oder Bonusvereinbarungen. Beim Skonto muss lediglich die Prozentzahl angegeben werden und nicht der konkrete Betrag. Das ist ein Hinweis, das ist ein Hinweis, das ist ein Hinweis. Umsatzsteuersatz und Umsatzsteuerbetrag So muss man umsatzsteuerpflichtig ist. Falls es sich um mehrere Leistungen handeln, die demselben Umsatzsteuersatz unterliegen, dürfen Sie erst einmal die Gesamtsumme bilden und darauf den Steuersatz ermitteln und ausweisen. Übrigens, wenn Sie Leistungen abrechnen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen Sie keine Paragraphen zitieren. Es reicht aus, wenn Sie umgangssprachlich formuliert den Grund für die Befreiung nennen. Bei Freiberuflern, welche die Kleinunternehmerregelungen in Anspruch nehmen, ist ein Hinweis auf die Regelung zwar nicht verpflichtend, aber doch sinnvoll. Dann gibt es hier eine Beispielrechnung. Da sind die einzelnen Punkte alle aufgeführt und man sieht, wie man das beispielhaft aufführen kann. Kaufen Sie das Buch, dann können Sie es sich ansehen. So, ich lese nochmal den letzten Satz. Bei Freiberuflern, welche die Kleinunternehmerregelungen in Anspruch nehmen, ist ein Hinweis auf die Regelung zwar nicht verpflichtend, aber doch sinnvoll. Dann geht es weiter. Denn sonst kommt es möglicherweise zu Zahlungsverzögerungen, da der Rechnungsempfänger nicht sofort weiß, warum keine Umsatzsteuer erhoben wird und ob dies so in Ordnung ist. Wenn Sie also die Kleinunternehmerregelung anwenden, versehen Sie Ihre Ausgangsrechnung einfach mit der Standardformulierung. Umsatzsteuer wird nicht erhoben, da die Kleinunternehmerregelung nach Beschluss 19 Umsatzsteuergesetz angewendet wird. Wenn Sie den Begriff Kleinunternehmer vermeiden wollen, reicht folgender Satz. Gemäß Beschluss 19 Umsatzsteuergesetz enthält der Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer. Mehr Informationen zum Thema Kleinunternehmerregelung finden Sie in Kapitel 2. So, jetzt gibt es einen Finger, das heißt der Fingersteuerrat, Experten-Tipp. So, jetzt kommt ein Experten-Tipp von der Fachanwältin aus Köln, geschrieben in der Comicschrift. Ich frage mich, wie man so eine Scheiße in ein Buch setzen kann. Es sieht einfach nur unseriös aus. Vielleicht sollte man einfach als Zitate grundsätzlich so schreiben. Auch Verträge über dauerhaft erbrachte Leistungen sind Rechnungen. Das gilt für gewerbliche Mietverträge ebenso wie für Verträge über laufende Beratungen oder Wartungsverträge. Achten Sie bei Verträgen und Rechnungen, die Sie über dauerhafte Leistungen erhalten, auf die Pflichtangaben, damit Ihnen der Vorsteuerabzug erhalten bleibt. Das gilt vor allem für die Steuernummer und für die fortlaufende Rechnungsnummer. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt gibt es eine Waage. Eine Waage heißt Vor Gericht, Hinweis auf interessante Urteile. Also vor Gericht. In diesem Fall ist es der Bundesfinanzhof. Fehlerhafte Rechnung, was nun? Nur selten überprüfen Freiberufler ihre Eingangsrechnungen auf Punkt und Komma und werfen einen Blick darauf, ob alle Pflichtangaben enthalten sind. Dabei können Sie hier viel Geld verlieren, denn wenn sich das Finanzamt bei einer Betriebsprüfung die Rechnungen früher Jahre vornimmt, kommen Flüchtigkeitsfehler teuer zu stehen. Der Betroffene muss die Vorsteuer, die er zu Unrecht von seiner eigenen Umsatzsteuerlast abgezogen hat, plus Zinsen zurückzahlen. Eine rückwirkende Berichtigung der Rechnung war bislang nicht möglich. Doch das ändert sich nun möglicherweise, denn der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass eine rückwirkende Berichtigung plus Feuersteuerabzug dann erlaubt ist, wenn die ursprüngliche Rechnung zumindest einige Anforderungen bei den Pflichtangaben erfüllt hat. Der Bundesfinanzhof befasst sich derzeit mit dieser Frage in einem Revisionsverfahren. So, dann gibt es hier noch ein Anzeichen. So, und dann gibt es den Hinweis in Merkel. Das ist die Blühlampe. Bei Kleinstbetragsrechnungen ist der Gesetzgeber nicht so streng. Trotzdem müssen bei Rechnungen bis zu einem Betrag von 150 Euro folgende Elemente enthalten sein. Vollständige Name und Anschrift des leistenden Unternehmers, Ausstellungsdatum, Menge und Art der gelieferten Gegenstände und Leistungen, Bruttobetrag in einer Summe, Nettobetrag zusätzlich Umsatzsteuer, anzuwendender Umsatzsteuersatz, Hinweise auf Steuerbefreiung bei steuerfreien Umsätzen. Es ist also nicht unbedingt erforderlich, eine fortlaufende Rechnungsnummer, den Nettobetrag oder Ihre Steuernummer zu nennen. Auch auf die Adresse des Leistungsempfängers sowie den Zeitpunkt der Leistung können Sie verzichten. Aber Achtung! Der Grenzbetrag von 150 Euro bezieht sich auf den Bruttobetrag einschließlich möglicher Umsatzsteuer. Die Erleichterungen für Kleinbetragsrechnungen gelten auch für Fahrkarten. Hier genügen der vollständigen Namen und die Anschrift des Beförderungsunternehmens, das Rechnungsdatum, das Entgelt plus Umsatzsteuerbetrag in einer Summe, der anzuwendende Steuersatz sowie bei Flugscheinen Hinweise auf eine mögliche grenzüberschreitende Beförderung. Hinter dem Paragrafen muss ich meine Rechnung unterschreiben. In aller Regel müssen Rechnungen nicht unterschrieben werden, es sei denn, Sie sind Rechtsanwalt oder Steuerberater. Manch einer warnt sogar, dass der Empfänger einen Stempel mit der Aufschrift Betrag dankend erhalten über die Unterschrift setzen könnte. Trotzdem, eine Rechnung wirkt persönlicher und wirkungsvoller als Schlusspunkt eines Auftrags, wenn sie in Form eines Geschäftsbriefs verfasst wird. Neben den Pflichtangaben ist es daher durchaus empfehlenswert, den Kunden persönlich anzusprechen, sich für den Auftrag und die Zusammenarbeit zu bedanken und den Geschäftsbrief mit Grüßen zu beenden und zu unterschreiben. Der persönliche Eindruck macht auch hier den Unterschied. So, es geht weiter mit elektronischen Rechnungen und Rechnungen ins Ausland und dann ist das Thema Rechnungen schon durch und ich höre jetzt erstmal auf. Tschüss. Tschüss.